Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Paper Mario. Es geht wieder weiter. So, ich muss mal kurz mein Mikrofon hier ausrichten. Und dann würde ich mal kurz gucken. Wir haben im letzten Part den siebten Dungeon beendet, haben den letzten Stern befreit. Wir können jetzt theoretisch zu Bowser rauf, aber, äh, nein, falsch hast du. Ich möchte mal noch die Briefe abgeben. Ein Brief an den Bürgermeister, okay. Okay, in Top Town und an Gumpapa. Das kriegen wir doch hin. Also hier gehen wir gleich hin. Bürgermeister Pinguin. Genau, da gehen wir gleich hin. Äh, nutze sie, ah, Kastinokarte, Sternenkarte. Ein Beweis dafür, dass meine Beweis sind. Dem müssen wir auch noch ein paar mal plätten. Ähm, ja, ich würde sagen, wir gehen erstmal nach Bipper City. So, ich bin gespannt, Leute, was jetzt auf uns zukommt. Also wir werden jetzt auf jeden Fall Stück für Stück noch ein bisschen so Nebenquests machen. Alles, was doch so langsam anfällt. Aber wir werden uns jetzt nicht davon komplett hinreißen lassen. Denn, ähm, ich will jetzt wirklich nicht noch ewig suchen, ewig irgendwas machen. Auch das mit den Quiz so, dass ich da jetzt von Dorf zu Dorf renne, ähm, werde ich wahrscheinlich nicht tun. Wie ist die gegangen? Äh, weißt du auch, ich kämpfe für Frieden und Gerechtigkeit in Bipper City. Viel Glück beim Retten der Welt. Genau, ähm, ja. Das Problem ist einfach, dass mir aktuell einfach der Schuh so ein bisschen drückt, was die Zeit angeht. Äh, und ich dementsprechend nicht rumrennen kann und alles nippeln kann. Ähm, sodass ihr dann vollwertigen Content irgendwie habt. Da geht dann einfach bei mir zu viel Zeit aktuell flöten. Und ich möchte ja trotzdem irgendwie dafür sorgen, dass ihr jeden Tag ein Hölkchen habt. So, äh, Paracarry. Ne, so wie lange ich so ein bisschen Inhalt bieten kann, machen wir das auf jeden Fall. Aber sollte ich merken, ah, jetzt laufe ich nur noch sinnlos umher und suche irgendwas, dann werden wir auf jeden Fall das Game hier langsam beenden. Und ich will dann mit bestem Gewissen einfach sagen, ich habe viel versucht und, äh, viel gesehen von dem Spiel. Und werde es aber trotzdem jetzt abschließen. So, erstmal geben wir hier den Brief ab. Und ich trinke mal einen Schluck Kaffee. Sehr wichtig. Und wieder wurde ein Brief pünktlich zugestellt. Oh, für mich, oh, er ist noch Joshi's Siedlung. Ich weiß zwar nicht, wo das ist, aber es ist sicher sehr, sehr weit weg. Ich werde ihn später lesen. Vielen herzlichen Dank. Oh, warte mal. Oh, ich will dir etwas mitgeben. Ah, perfekt. Gut. Dann haben wir nämlich die Session hier auch abgeschlossen. So, dann hat man jetzt noch einen bei Gumpapa und einen in Top Town. Minstee. Ihr hattet schon gesagt, Minstee ist wahrscheinlich die am Blumenfeld da. Du, du. So, ansonsten. Ich denke, wir sind eigentlich super gut vorangekommen. Haben so viel Stuff mitgenommen, was geht. Äh, Items? Wollen wir noch ein paar Items kaufen? Ne, ich gucke jetzt erstmal den Laden an. Ob der neue Items hat. So. Ich glaube, hier unten sind wir jetzt auch komplett fertig, oder? Ich glaube, hier unten müsste auch nichts mehr sein in der Kanalisation. Zumindest im Moment nicht. Kanalisation mag ich irgendwie am liebsten. Keine Ahnung warum. Ich glaube, die Musik ist einfach meins. Ich liebe diese Musik. So. Dann können wir hier schön rausgehen. Bei dem Typen nochmal vorbeilaufen. Ähm, ihr hattet jetzt nicht nochmal erwähnt, dass der irgendwas hatte, glaube ich. Dü, 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 dü. Okay, also, ähm, ja, Blumenfeld. Dü, dü, minstee, ja. Sollten alle Namensplaketten tragen, finde ich. Bist du minstee? Ah, perfekt. Danke für den Tipp, Leute. So, gleich Brief zugestellt. Zack. Und wieder wurde ein Brief fünktlich zugestellt. Ah, für mich? Von wem? Die Flüsterweide. Ist die Flüsterweide? Danke, dass du die Blumen so hegst und pflegst. Oh, das ist ein Dankeschreiben. Ah, hier steht, bitte besuche uns in den Blütenfeldern. Wow, wir würden da vor... Aber woher weiß ich die... Woher weiß die Flüsterweide von mir? Oh, Verzeihung. Hab nur laut gedacht. Das ist nur eine Kleinigkeit für die Zustellung. Bitte nimm es an. Yo, haben wir das auch abgeschlossen. Dann gehen wir gleich noch zu Gumpapa. Wie sieht es hier aus aktuell? Keine neuen Orden. Das heißt, hier sind wir fertig wahrscheinlich, ne? Schade. Gibt nichts mehr zu kaufen. Jetzt, wo ich Geld hab. Ein Stern, ein Herz. Ich kann auch singen. Ich liebe Kritzeleien. Ein kleiner Tod. Okay. Und hier? Totau News. Bippa Sensation. Mario meistert Kristallpalast. Mario besucht die Bippa Region. Und nach dem letzten Stern zu suchen. Dabei entdeckt er den legendären Kristallpalast am Gipfel des Bippa Bergs. Man sagt, dieser Palast wurde errichtet, um den Stern zu huldigen. Dennoch war er von Bowsers Gefolgschaft überrannt worden. Mario legte die Horten auf Eis und rettete den letzten Stern. Jetzt, da alle Horten hohen Sterne wieder vereint sind, befinden sie sich auf dem Weg zum Sternenschluppengipfel. Er ist nun an der Zeit, Bowsers Festung einzunehmen. Viel Glück, Mario. Jo, man. Aber wir gehen erstmal nach Gumpa City und Kometsu Luigi mitnehmen. Das wäre jetzt auch cool. Nein, nur über den DLC erhältlich. Damals war das ja zum Glück noch nicht so. Zumindest nicht so krass ausgereift. Ich gehe über die Kanalisation, glaube ich, dahin. Nö, 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 nö. Äh, bin zu weit gelaufen, ne? Dudududududududududududu. M, 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 m. Okay. Ja, ich leg mal so Sternensplitter in den Bodenplatten und so weiter. Müsste ich eigentlich alle so halbwegs gefunden haben. Wenn nicht, äh, sagt mir da gerne nochmal Bescheid. Äh, das müsste doch jetzt theoretisch Gumpaford sein, oder? Jo. Gumpapa, hello. Ja, Gumpapa, Parakary hier. Ich hab einen Brief. Bitteschön. Zack. Zugestellt. Und wieder wurde ein Brief pünktlich zugestellt. Die Arbeit deines Postboden ist nie zu Ende. Danke, mein Herr, was wären wir ohne die Post? Oh, wie interessant. Ein Brief für Gumparia. Ich glaube, ich kann ihn ruhig öffnen. Nein, Briefgeheimnis. Ich kann mich erinnern, dass sie vor kurzem einen Brief geschrieben hat. Ich habe mich schon gefragt, was drin steht. Ich verstehe. Ich glaube, es war eine Frage. Und das hier scheint die Antwort zu sein. Sieht sehr kompliziert aus, aber ich kann es verstehen. Ich werde ihr alles darüber erzählen. Vielen Dank für die prompte Belieferung. Hier, nimm dies. Uh, ein Glückstagordner halten. Manchmal gehen gegnerische Angriffe daneben. Boah, wenn du die alle jetzt dritte hast, ne? Diese ganzen Orden mit Angriffe gehen manchmal daneben. Ich frage mich, ob das stackert und so eine Prozentzahl steigert. Kennt sich da einer so krass aus? Kann das mal einer in die Kommentare schreiben? Ob das irgendwie funktioniert? Ja, der Quizzo, der ist aktuell leider nicht da. Also, da müsste man jetzt halt wirklich hin und her rennen. Aber ich habe gesagt, es gibt... Also, es wurde jetzt gesagt, 48 Fragen. Der eine hat, glaube ich, 64 gesagt. Äh... Ich weiß nicht, was ich glauben soll. Ja, und... Ich weiß auch gar nicht. Quizzo war immer hier, ne? Entweder hier oder in... Oder wo war denn der? War der hier? Oder war der im Dorfeingang? Ich will mal ganz kurz gucken. Ich glaube, der war in der Röhre. I'm not sure. Oder ist der hier? Also, jetzt ist er ja gerade sowieso nicht da. Hä? Ist leider echt nervig. Aber wir haben keine Briefe mehr. Leute, waren das alle Briefe? Habe ich irgendwo was verpasst? Gerne in die Kommentare schreiben. Äh... Items, genau. Ich würde auf jeden Fall nochmal gegen den... Großmeister kämpfen. Hier den Judo-Ober-Chef. Ihr sagt es ja zu mir. Der muss noch öfter besiegt werden. Ähm... Dementsprechend machen wir das auf jeden Fall. In der Hoffnung, dass wir da vielleicht noch einen schönen Orden bekommen oder sowas. Äh... Hier ist gerade auch keiner. Aber ich glaube, der steht auch am Anfang, ne? Am Eingang. Wenn. Aber hier ist auch keiner. Ja, und das ist halt dann immer auf gut Glück. Einfach mal durch die ganzen Gegenden reisen. Und hoffen, dass Quizzo irgendwo rumsteht. Aber das... Machen wir jetzt nicht weiter. Ich glaube, es ist auch das Einzige, was uns noch so richtig fehlt, oder? Ansonsten müssten wir so ziemlich durch sein. Mit allen Angelegenheiten. So. Okay. Bin gespannt. Ich meine, wir können ja in Bosers Festung auch immer noch einen Rückzieher machen. So ist es ja nicht. Denke ich zumindest. Äh... Wir gehen jetzt erstmal uns ganz kurz heilen. Und dann geht's zum... Master of Disaster. Genau. Der Judo-Master. Wird dann richtig schön herangenommen. Äh... Äh... Okay, ich muss über die reden. Ich erinnere mich. Mh, 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 mh. Ja. Grund dafür ist halt wirklich, dass ich ja bald in den Urlaub fahre. Und ich möchte euch jeden Tag eine Folge bieten. Deswegen muss ich jetzt richtig schön ranklotzen, was Aufnehmen angeht. Und wenn ich jetzt wirklich nochmal den Quizzo suchen würde... Ähm... Würde alles nicht hinhauen. Würde alles nicht hinhauen. So. Aber wir gehen jetzt erstmal oben gegen den Master kämpfen hier. Gegen den Dojo-Master. Ähm... Sind wir denn ordentlich ausgerüstet? Multisprung ist glaube ich da nicht die beste Sache. Aber eigentlich reichen auch die normalen Attacke. Schnellwechsel. Ist immer noch so hier drin. Kraft plus Verteidigung. Den Ausweicher. Ja, das ist eigentlich ganz geil. Spion. Ja, okay. Sollten wir hinkriegen, denke ich. Komm, wir probieren es mal. Mh, mh, mh. Let's go. Was hat er gesagt? Das ist der Meister. Das ist der Meister. Ihm gehört das Dojo und er ist der stärkste Camper hier. Okay, er ist wirklich stärker geworden. Ich glaube vorher hatte es 70 und 8 Angriffskraft, ne? Er beerscht sicher ein paar Techniken, von denen ich noch nie gehört habe. Gerade dürfen wir also von ihm nichts erwarten. Also stürzen wir uns in den Kampf. Okay, müssen wir mal gucken, wie wir das am dümmsten dann machen. Wir haben ja auch die Sternpower. Ähm, aber... Ich könnte das machen, oder? Fort und weg. Ähm. Wir könnten das machen. Aber ich könnte halt auch warten und könnte mich zweimal heilen. Der wird ordentlich Schaden reinbäschen. Mh, 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 mh. Wir machen das mal. Einfach um zu gucken, ob es funktioniert. Und, ähm... Wie lange es anhält. Jo. Klappt auf jeden Fall. Abgewehrt habe ich es jetzt nicht. Boah, da steht jetzt nicht, wie lange. Hm. Ist das jetzt für den ganzen Kampf? Das wäre natürlich mega geil. Okay. Und wir haben hier die Multikopffnuss. Wir könnten jetzt die ganze Zeit aufladen. Ich könnte aber auch... What dazu holen. Und dann hauen wir ordentlich Angriffskraft rein. Und Sushi und Verteidigungskraft. Wenn ihr wisst, was ich meine. So. Sehr schön. Mh, mh. Das sind solche Kämpfe. Da lohnt sich das halt mal richtig. Oh, und Angriffskraft verdoppelt oder verstärkt. Geil. Nice. Schön 16 Schaden. Mh, für jemanden, der aussieht wie ein Klepp, da verfügst du über große Stärke. Danke. Geblockt. Geblockt. Nice. Vier Schaden bekommen. Sehr schön. So, und dasselbe machen wir jetzt nochmal mit, äh, Strategie. Mitglied Sushi. Immer nochmal zur Verteidigung. Mh, 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 mh. Perfekt. Jo, also die Angriffskraft scheint jetzt für den ganzen Kampf gesenkt zu sein. Das ist ja mega. Also, zumindest steht halt nichts da. Jetzt haben wir immer schön 10 Schaden rein. Wieder geblockt. Nur 3 Schaden bekommen. Jo, so kann man das machen, glaube ich. Äh, okay. Wer? Wollen wir Gumbario nehmen und den jetzt richtig aufladen lassen? Oder ist das scheiße? Das war die Frage. Äh, Ja, komm. Mach ich mal. Let's go. Schön aufladen. Mh, 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 mh. Mal gucken, was passiert. Wiedergeblockt. Sehr schön. Ey, der macht aber nichts anderes, ne? Muss man dazu sagen. Mh, 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 mh. Dü, 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 dü. Und nochmal aufladen. Ah, schade, diesmal nicht geblockt. Angriffskraft ist jetzt gesunken. Jetzt muss ich auf jeden Fall einmal den Himmelskuss machen. Der generiert 20 KP. Okay. Sonst bin ich weg. Mh, 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 mh. Mh, mh, mh. So, du musst weiter aufladen. Kann man das irgendwie sehen, wie stark er geworden ist? Ne, ne? Was? Boah Okay, das hab ich nicht kommen sehen Alter, was? Holy moly Okay Äh Okay, notfalls haben wir hier auch noch so ein bisschen Zeug Wir können uns ja auch noch einmal wiederbeleben Ähm Stellt 10kp wieder her, genau Und er stellt 50kp wieder her Ja, notfalls haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen was Ah, seine Angriffskraft ist auch wieder normal Shit Aber ich glaube, das ist ganz gut, dass die schwach war, oder? Sollen wir die nochmal schwächen? Ich glaube, ich würde das nochmal machen Weil die Hälfte haben wir ja down Dü, 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 dü Mach ich nochmal Okay Angriffskraft wurde reduziert Und ich hätte gesagt Jetzt machen wir die Multikopfnuss Oder nochmal aufladen Komm, wir nochmal Eine Runde machen wir noch Nächste Runde lassen wir es eskalieren Sehr schön Geblockt So Jetzt aber Erstmal hier schön, ne Drauf nochmal Jetzt leider nur 8 Schaden Ist aber nicht schlimm Und jetzt mach mal richtig hier Rambazamba Multikopfnuss Ah, ich hab's leider verkackt Okay, schön geblockt Okay Ähm Ja, ich glaube, ich hätte richtig krass Schaden machen können, ne Ich hab's leider ein bisschen verkackt Aber wir haben trotzdem gleich Frage ist, soll ich jetzt Ich geh lieber auf Nummer sicher, oder? Ich glaube, ich geh lieber auf Nummer sicher Und Ja, 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 ja Ich geh auf Nummer sicher Pass auf Ich mach so Ich mach einmal Erfrischung Regenerier mir ein bisschen was Ich hab nämlich keinen Bock Jetzt irgendwie von irgendwas Übels weggefetzt zu werden Wenn auf einmal irgendeine Überraschung kommt Aber wir haben eigentlich Wir haben einmal 10 Wir haben einmal 9 Wir haben einmal 8 Schaden gemacht Das heißt, wir haben 27 Schaden gemacht Hätte, glaube ich, noch stärker sein können, ne Ich hab's, glaube ich, einfach verkackt Okay Und dann nehmen wir Ob Wette What What Genau Watt haut jetzt quasi einmal mit dem Elektroheap durch Macht der Durchschlag Schaden Ist er bei 13 Schön geblockt Schön geblockt Und jetzt müsste man beenden können, ne? Ja, wir müssen jetzt 8 Schaden machen Und einmal 5 Sollte es gewesen sein Let's go Jo, damit haben wir ihn, Leute Und Wort erledigt den Rest Damit haben wir den Großmeister besiegt Mit 99 KP 10 Angriffskraft Und Einverteidigung Und seinen Mega-Hieben Nice Edler Mario Du hast mich übertrumpft Nicht den Meister Den stärksten aller Kämpfer Da du es geschafft hast Mich zu schlagen Soll man Respekt Und dies fort an dir gehören Diplom Der Beweis, dass Marios Kraft Unübertrefflich ist Aber gibt's da noch mehr? Kann ich mit denen auch kämpfen? Ein weißer Kämpfer weiß Dass man manchmal die beste Taktik ist Einen Kampf aus dem Weg zu gehen Es ist nicht feige Von einem Gegner davon zu laufen Der dir weit überlegen ist Jedoch wirst du immer wieder Auf Gegner treffen Von denen du nicht davon laufen kannst Sobald der Kampf begonnen hat Stell dich in voller Mut Kann ich jetzt nochmal gegen den kämpfen? Äh, äh, komm Was führt dich heute her? Nur zu Besuch Okay Ich werde im nächsten Part nochmal versuchen Äh, ob ich da was machen kann Ob ich nochmal gegen den kämpfen kann Ob ich da nochmal was anderes bekomme Aber das war's erstmal für diese Folge Vielen Dank fürs Zusehen Gerne liken, kommentieren Ähm Jo, falls ihr noch irgendwas habt Was ich machen kann Was ich übersehen hab Bevor es zum Finale geht Schreibt's gerne in die Kommentare Ansonsten würde ich mich dann langsam Dorthin auf den Weg machen Bis zum nächsten Mal Zu Paper Mario Tschüssi Leute Bis zum nächsten Mal Tschüssi Leute Bis zum nächsten Mal Tschüssi Leute